Musik Willkommen zu Europa im Dialog, zu einer Sonderausgabe, zu einem EU-Bürgerdialog. Wir fragen, was haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger von Europa? Und ich knüpfe daran an, was haben sie von Europa? Und das werde ich auch meine Gäste fragen, nämlich ich begrüße sehr herzlich im Studio Martina Büchel-Germann. Frau Büchel-Germann ist Managerin von Europe Direct Vorarlberg und Leiterin der Abteilung Europa-Angelegenheiten im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herzlich willkommen Gerda Schnetzer-Suttalütti. Frau Schnetzer ist Vizebürgermeisterin und Europa-Gemeinderätin, nämlich in der Gemeinde Sulz. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und ich begrüße Herrn Hattu Käfer. Herr Hattu Käfer ist Leiter des Wirtschaftsteams der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, das Vordelberg, das Bundesland Vordelberg, das Ländle steht im Mittelpunkt unseres EU-Bürgerdialogs. Und ich war wenige Tage, vor wenigen Tagen in Bregenz und habe die Vordelbergerinnen und Vordelberger gefragt, was sie denn im Hinblick auf die EU denken und was sie von der EU haben. Und ja, genau das hören wir uns auch zu Beginn an. Also für mich ist das die Vereinigung von 27 Staaten jetzt mittlerweile und die Niederlassungsfreiheit, dass sie in jedem EU-Land wohnen und arbeiten kann. Ein toller Zusammenschluss auf jeden Fall, dass sie mich überall frei bewegen kann und dass es in sehr vielen Staaten die gleiche Währung gibt. Und für uns Jugendlichen natürlich auch das Roaming, dass sie überall so blödsinnig nichts zahlen muss dafür, dass sie zum Mitteln den Zugang haben. Für mich ist die EU ein sehr großes Hilfsmittel für eine Weiterbildung, das heißt ein Studium im Ausland, aber auch seit Langem ein großes Fundament für den Frieden weltweit oder hauptsächlich in Europa. Die EU finde ich in der Form eine hervorragende Institution, durch das gibt dem Einzelnen und auch den Bürgern Sicherheit, auch Unternehmen haben wirtschaftliche Vorteile durch die EU, was dem einzelnen Bürger wieder zu tragen kommt oder zum Vorteil ist. Und ich sehe so, die EU muss stark bleiben in Europa, darf sich nicht von diktatorischen Ländern in irgendeiner Art und Weise unterdrücken lassen, sondern muss die Stabilität im gemeinsamen Rahmen der EU-Mitgliedstaaten stärken und weiterhin ausbauen. Ja, ich knüpfe daran gleich die Frage auch an Sie, Frau Büchel. Was ist für Sie persönlich die Europäische Union? Ja, ich kann alles das unterschreiben, was die Bürgerinnen und Bürger aus Vorarlberg, die Sie interviewt haben, hier gesagt haben. Ich bin begeistert, wie viel Ihnen die Europäische Union gibt. Für mich persönlich ist die Europäische Union eine Möglichkeit, wo sich Staaten gemeinsam auf Lösungen einigen können, auf Lösungen, die wahrscheinlich immer jedem einzelnen Staat einen gewissen Kompromiss abverlangen, aber wo dann doch etwas Gemeinsames herauskommt, das für alle positiv ist und das vor allem die Möglichkeit gibt, auf friedliche Art und Weise das Zusammenleben in Europa zu gestalten. Frau Schnetzer, und für Sie? Für mich bedeutet Europa Bereicherung und Vielfalt. Europa steht für Kultur, steht für Wirtschaft, steht für Erfolg. Europa war für uns als Jugendliche schon sehr gut spürbar. Das war eben der Nicht-Zusammenschluss der Staaten in den 80er Jahren. Wir hatten drei Währungen in der Geldtasche, wir mussten bei der Grenze warten und uns kontrollieren lassen und ich komme aus einem Handwerksbetrieb. Die Zollformalitäten, das war ja sehr ausschweifend immer. Das ist das eine, was mir in Europa so gefällt, dass das eben alles nicht mehr so ist. Und das andere ist mein Faible für Kultur und Kunst. Ich fühle mich in einer globalen Schatzkammer zu Hause und das gefällt mir sehr und darum engagiere ich mich auch gerne für Europa. Herr Käfer, und was ist für Sie persönlich die EU? Zum einen ist es die logische Antwort auf die sozialen, technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und zum anderen ein Herzensprojekt. Was meine ich damit? Die Unternehmen müssen einfach grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Die Produkte müssen grenzüberschreitend verkauft werden, um zu vernünftigen Kosten hergestellt werden. Und die Menschen wollen reisen, die Menschen wollen sich woanders niederlassen und mobil sein. Das würde jetzt mit 27 unkoordinierten Staaten nicht funktionieren. Und daher brauchen wir diese Kooperation, die im Europäischen Union heißt. Und auch ein Herzensprojekt, weil wir sind ein großartiger Kontinent. Seit über 2500 Jahren produzieren wir ganz tolle kulturelle Leistungen, haben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Lebenszugänge und diesen Reichtum können wir durch die Europäische Union auch besser genießen und daran teilnehmen. Ich habe in Bregenz eben in der Fußgängerzone BürgerInnen gefragt, aber ich habe auch Politiker gefragt. Und ich war unter anderem beim Herrn Landtagspräsidenten Harald Sonderecker. Und ich habe ihn gefragt, was denn die Europäische Union für eine Bedeutung für Vorarlberg hat. Kann ich schlicht und einfach sagen, eine riesen, riesengroße. Seit den 27 Jahren, wo Österreich jetzt Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ist, hat unser Bundesland von diesem Beitritt nur profitiert. Wir sind ganz am Ende im Westen Österreichs angesiedelt. Unser historischer Wirtschaftsraum war natürlich immer sehr stark Deutschland und der offene Zugang zum Binnenmarkt und zu unserem großen Mitbewerber, aber auch zum Abnehmer. unserer Produkte ist einfach durch diesen Beitrag noch einmal gestärkt worden. Würden Sie sagen, die VorarlbergerInnen und Vorarlberger sind besonders gelernte EuropäerInnen, weil eben diese Anbindung an Deutschland beispielsweise besteht? Wir haben die besondere geografische Situation, wir haben die besondere wirtschaftliche Situation rund um den Bodensee in unserem Gebiet und damit sind wir ein Stück weit wahrscheinlich gelernte Europäer, unabhängig von der Mitgliedschaft in der EU. Aber der Beitritt zur EU hat uns natürlich in dieser Frage sehr geholfen. Welchen Mehrwert haben von der EU kofinanzierte Förderprojekte für Ihr Bundesland und für die regionale Entwicklung? Sie haben einen großen Mehrwert, weil wir verschiedenste Programme, die auf europäischer Ebene aufgesetzt werden, noch einmal mit europäischen Mitteln, aber auch mit Bundes- und Landesmitteln hier vor Ort in die Umsetzung bringen können. Und dieser Connex macht sich sehr, sehr bezahlt in vielen Investitionen und Vorhaben, wo sich auch das Land speziell, auch im Bereich der Landwirtschaft beispielsweise, noch einmal mit Top-Abförderungen verstärkt engagiert. Aber auch im Bereich der Forschung, im Bereich der Wissenschaft und auch im grenzüberschreitenden Bereich zu unseren Nicht-EU-Mitgliedsnachbarn der Schweiz und Lichtenstein über die Programme im Interreg sind wir sehr engagiert dabei. Seit vielen Jahren. Und das kommt, denke ich, der gesamten Region und speziell natürlich auch Vorarlberg zugute. Ja, Frau Büchel, der Herr Sonder-Edgar hat es ja schon angesprochen, die Regionalförderung, die EU-Förderungen überhaupt, die gehen ja über Ihren Schreibtisch sozusagen. Sie sind auch in der Beratung tätig. Welche Bedeutung haben tatsächlich eben EU-Förderungen für das Vorarlberg? Ja, wie der Landtagspräsident gesagt hat, haben sie eine große Bedeutung. Es gibt einzelne Förderprogramme, wie zum Beispiel das von Ihnen jetzt erwähnte Interreg-Förderprogramm, das grenzüberschreitende Projekte fördert, die es so vor unserem Beitritt zur Europäischen Union überhaupt nicht gegeben hat. Und wir haben hier gerade in der Bodenseeregion einen sehr großen Mehrwert. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Nachbarregionen in Baden-Württemberg, in Bayern, aber auch mit den Schweizer Kantonen und dem Fürstentum Lichtenstein zusammen und können hier eben grenzüberschreitende Projekte, die zum einen von Verwaltungsebene, aber auch von vielen Privatorganisationen und Institutionen gemacht werden, durch EU-Mittel fördern. Und das ist eben ein Aspekt, der erst durch die EU-Mitgliedschaft sich eröffnet hat und die die Zusammenarbeit im Bodenseeraum nochmal sehr stark beflügelt hat. Wo liegt denn da der Grund dafür? Also man würde ja meinen, Lichtenstein oder die Schweiz eben als Nicht-EU-Mitglieder würden ja gar nicht in den Genuss kommen, da Partner zu sein. Sie kommen nicht direkt in den Genuss von EU-Fördermitteln, das ist richtig, aber die Schweiz gerade in ihrer speziellen Situation, sie hat sich ja in den 90er Jahren gegen die Mitgliedschaft im europäischen Wirtschaftsraum, also gegen eine stärkere Integration in der EU ausgesprochen, hat sich dann im Gegenzug dazu entschlossen, auf der regionalen Ebene doch Engagement zu zeigen und zu kooperieren. Und jetzt wird auch von Schweizer Seite Geld zur Verfügung gestellt, damit eben hier gemeinsam zusammengearbeitet wird. Also es wird sehr wohl der Wert erkannt, dass eben hier über die EU ein Anstoß gegeben wird für eben Projekte, also die für mich ja ein sehr gutes Beispiel wirklich dessen sind, was die EU überhaupt will, Grenzen sozusagen zu minimieren. Und dieses Interreg-Förderprogramm ist zwar finanziell nicht sehr groß ausgestattet ist im Vergleich zu anderen Strukturförderprogrammen, aber es setzt eben sehr gut an diesem Aspekt an, wir bringen Grenzen durch Zusammenarbeit von Personen, von Institutionen sozusagen oder machen sie etwas niedriger. Und das ist doch auch ein Mehrwert, den die Schweizer Partnerinnen und Partner erkennen und auch mittragen. Frau Schnetzer, ich habe ja gesagt, Sie sind Vizebürgermeisterin, also im Gemeinderat. Wie ist das konkret bei Ihnen in der Gemeinde? Spielen da eben EU-Förderprojekte, Programme eine Rolle? Ist das ein Thema im Gemeinderat? Und Sie sind ja eben auch Europa-Gemeinderätin. Wie ist das bei Ihnen in der Gemeinde? Es spielt in der Gemeinde insoweit eine Rolle, dass manche Projekte über die EU finanziert werden, über euer Büro gehen und dann bei uns umgesetzt werden. Das LIDAR-Programm geht über unsere Region und da haben wir schon als Gemeinde viel damit zu tun und profitieren auch sehr stark. Die LIDAR-Mittel werden bei uns sehr dunkelgenau ausgeschöpft immer und wir haben da wirklich sehr gute Beratung, wenn wir in der Gemeinde was machen möchten. Was wird da zum Beispiel gefördert? LIDAR-Projekte haben wir sehr viele. Da geht es um regionale Wertschöpfung, um regionale Belebung, um Leerstand, Mobilisierung und Umweltschutz. Ich kann es auch aus Projektentwicklersicht sagen, wenn wir ein Projekt entwickeln möchten als EU-Gemeinderäte, aber auch als Nicht-EU-Gemeinderäte, einfach von der Gemeinde aus, dann können wir um Förderung anfragen und meistens, wenn das auch den Zielen der EU entspricht oder dem LIDAR-Programm, den Zielen im LIDAR-Programm entspricht, dann werden diese Projekte unterstützt. Herr Käfer, das worüber wir jetzt ja eigentlich gerade sprechen bei unterschiedlichen Förderprogrammen und da gibt es immer dann spezielle Abkürzungen und Namen, die die Expertinnen natürlich alle wissen und kennen, aber es ist ja jetzt ein neuer Schritt mit Next Generation EU, dem eben Recovery Fund, ist ja da noch ein neues Budget dazugekommen und wir haben alle schon im Ohr auch den European Green Deal. Können Sie uns einen Überblick geben, wie jetzt der Zusammenhang von diesen bestehenden Förderungen zu neuen Geldtöpfen, die es scheinbar gibt, besteht? Da ist eigentlich kein direkter Zusammenhang. Also gehen wir ganz kurz zu Next Generation EU, respektive zu dem Unterteil, der wichtigste ist, die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität, ein furchtbar langes Wort, also Bürokratendeutsch, aber uns ist nichts Besseres eingefallen. Nein, davon wird Österreich ungefähr dreieinhalb Milliarden bekommen. Insgesamt ist es mit Krediten und verlorenen Förderungen über 700 Milliarden schwer, das Paket. Und es hat ganz einfach den Sinn, erstens einmal die Wirtschaft wiederum zu beleben, nach dieser Krise, in der wir immer noch stecken, hoffentlich einmal rauskommen. Zweitens die Wirtschaft für die Zukunft resilient zu machen, aber auch Europa auf den grünen Wandel und auf die digitale Transformation fit zu machen. Und da mussten eben alle Staaten ihre Projekte einreichen. Das sind circa, wie gesagt, Österreich hat circa dreieinhalb Milliarden bekommen. Ich werde es mit der Zeit abrufen. Und das sind natürlich Projekte, die auch eine europäische Komponente haben und teilweise auch andere Förderungen bekommen. Aber der Connex ist nicht sangsläufig. Also was Österreich macht, ist zum Beispiel eine starke Investition in die digitale Zukunft. Einerseits, dass sie in den Schulen Laptops verteilen. Einerseits, dass die Breitbandanbindung verbessert wird. Gerade am Land ein wichtiges Thema, aber auch bei mir in Wien funktioniert das nicht so gut, wie es sollte. Oder eben das Klimaticket. Damit wir schnell, also schnell unter Anführungszeichen, aber vielleicht günstig ins Ländle kommen. Genau. Auch das Klimaticket war ein Projektpunkt, den Österreich eingereicht hat. Oder eben der Austausch von den Heizkesseln, als wir von diesen Emissionsschleudern zu einem ökologischen Heiz zu kommen. Und das sind alles Projekte, die jetzt von dieser sogenannten Aufbauung der Silzfanzialität gefördert werden. Ich habe eben auch den Landesrat Johannes Rauch, der ja auch Klima- und Umweltlandesrat ist, direkt gefragt, was eben die EU-Förderungen bringen. Aber besonders eben auch, wie in Vordelberg der European Green Deal umgesetzt, beziehungsweise welche Rolle er spielt. Das ist natürlich von großer Bedeutung in mehrfacher Hinsicht. Erstens kommt Geld ins Land, aber Geld ist nicht alles. Wir können mit diesem Geld schon eine Wirkung entfachen, dass wir Mittel, die wir selber haben und einsetzen, mit Bundesmitteln, mit EU-Geldern ergänzen und dadurch eine ganz andere Wirkung erzielen können. In ganz vielen Bereichen, bei der Wirtschaftsförderung, bei der Regionalentwicklung, auch im Umweltschutzbereich gibt es solche Projekte. Aber es gibt einen zweiten Aspekt, den ich für mindestens so wichtig halte. Über diese kofinanzierten Projekte entsteht Zusammenhalt, Kooperation über Gemeindegrenzen hinweg, über Regionen hinweg und eine völlig neue Idee, wie man auch Projekte entwickeln kann in einem gemeinsamen Geist. Und durch dieses Zusammenwirken entsteht ein Stück weit ein Aufbrechen von dieser Vereinzelung, die stattgefunden hat und eine Idee, wie können wir als lokale Gemeinschaft in diesen europäischen Projekten eine Wirkung entfachen, die über das normale Maß weit hinausgeht. Und das finde ich großartig. In Vorarlberg gibt es seit vielen Jahren eine grün-schwarze Koalition, auf Bundesebene nun ebenso. Und auf europäischer Ebene gibt es den European Green Deal. Also Europa wird grün, Europa möchte der erste klimaneutrale Kontinent werden. Welche Prioritäten sehen Sie angeknüpft an diesen European Green Deal, ausgehend von Vorarlberg, aber für Europa insgesamt? Vielleicht muss man dazu sagen, dass man die Rolle der Europäischen Union da gar nicht hoch genug einschätzen kann, als Vorbild in der Weltgemeinschaft, wenn man so will. Europa kann und soll das vorleben, was es bedeutet, die Transformation hinzubekommen, die Klimaveränderung in den Griff zu bekommen. Dieses Budget, das wir noch haben an CO2-Emissionen, um den Pfad einfach einzuhalten, da in Vorlage zu gehen und zu zeigen, ja, es ist umsetzbar, es geht, es geht der Ausstieg aus Öl und aus Gas. Wir können das mit erneuerbaren Energien hinbekommen. Wir können es mit Solarenergie, mit Wasserkraft hinbekommen. Wir können die energieeffizientesten Gebäude der Welt zustande bringen. Wir können anbieten, was wir an technologischem Know-how haben in der Wasseraufbereitung, im Aufbereiten von Abwässern. Also in ganz vielen Bereichen glaube ich, dass die Europäische Union Role Model sein kann für die Welt. Und an dieser Vision zu arbeiten, das glaube ich, ist eine begeisternde Idee und daran sollten wir gemeinsam festhalten. Frau Schnetzer, ist bei Ihnen in der Gemeinde dieser European Green Deal schon ein Thema? Bei uns ist in der Gemeinde Umweltschutz schon lange ein großes Thema. Wir haben ein landesweites Programm, das E5-Programm. Und da werden in einem Ausschuss mit Begleitung und fachlicher Unterstützung vom Land, werden Projekte umgesetzt. Und im Sinne von Green Deal machen wir eben umweltschutzfördernde Maßnahmen, so wie er angesprochen hat, diesen Heizkesseltausch. Da gibt es so Aktionen, die wir da mitmachen können und auch mitmachen und zahlen da einen Beitrag dafür und profitieren dafür vom Know-how und können uns dafür als E5-Gemeinde dann positionieren. Vom Green Deal direkt, das geht dann auch über diese Landestelle. Und in der Beratung, also in dem Gespräch mit den Bürgerinnen, also gerade bei Europe Direct, ist das da ein großes Thema, diese Transformation und alles, was da auf uns zukommen wird? Ja, der Klimawandel ist natürlich durchaus ein Thema, das die Bürgerinnen und Bürger schon bewegt. Und wenn man sie fragt, wo sie Vorteile auch in der Europäischen Union sehen, dann ist es gerade auch im Zusammenhang mit den Unionsaktivitäten im Hinblick auf Klimaschutz, Eingrenzung des Klimawandels, die sich jetzt eben da in dem Green Deal umsetzen. Also das wird sehr klar von den Bürgerinnen und Bürgern gesehen. Und auch wir in Vorarlberg, denke ich, sind zwar was eben auch Aktivitäten wie Energieautonomie, also wir haben ja ein Ziel von unserem Landtag gesetzt, dass wir energieautonom bis 2050 sein wollen. Also wir haben hier doch entsprechend ehrgeizige eigene Ziele. Aber wenn wir dann wieder sehen, was eben von europäischer Ebene jetzt gerade eben mit Green Deal Fit for 55, dem neuen Paket, vorgegeben wird, dann sehen wir schon, dass wir uns auch anstrengen müssen. Also ich denke, wir alle brauchen in diesem Kontext die Europäische Union, weil sie uns Maßstäbe vorgibt. Also eigentlich einen Turbo erzeugt. Natürlich. Also ich glaube, alleine wären wir nicht so ehrgeizig unterwegs, beziehungsweise jedenfalls nicht alle so ehrgeizig unterwegs. Und eben auch die Ehrgeizigen, zu denen rechnen wir uns jetzt als Region durchaus, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir dann schon, dass wir auch noch ein bisschen mehr tun können. Ein positiver Wettbewerb. Genau. Herr Käfer, was sind bei dem European Green Deal so die Langzeitziele? Na, zuerst muss man mal sagen, der Clou beim europäischen grünen Deal ist ja, dass er Ökologie und Ökonomie verbindet. Früher war ja Umweltschutz etwas, was man vermieden hat. Dann haben wir das nolens, wollens gemacht und in die Kosten eingerechnet. Aber wir wollen eben durch Umweltschutz und Klimaschutz die Wirtschaft fördern, zu neuen Produkten, zu neuen Verfahren, Dienstleistungen führen und ganz einfach Technologien entwickeln, bei denen wir dann auch am Weltmarkt führend sind und letztendlich dann auch weltweit anbieten und verkaufen können. Das ganz wesentliche Ziel vom European Green Deal ist eben der Knackpunkt bei dieser Klimakrise ist der CO2-Ausstoß, auch der Methanausstoß, im Wesentlichen der CO2-Ausstoß. Und da geht es ganz einfach darum, ab 2050 in Summe kein CO2 mehr zu produzieren. Da gibt es dann das Zwischenziel 2030 mit nur mehr 55 Prozent, von dem was zurzeit produziert wird. Aber wir wollen eben wirklich CO2-neutral werden. Und da gibt es eben unterschiedliche Ansatzpunkte, eben eine höhere Energieeffizienz, neue Technologien und Steuermodelle, die eben ganz einfach ein Energie-, ein CO2-schonendes Verhalten fördern. Und können Sie das Fit for 55, das jetzt auch schon gefallen ist, noch genauer skizzieren? Das ist ja eigentlich dann zur Unterstützung des European Green Deals oder zur konkreten Umsetzung, glaube ich, gedacht. Genau, also Green Deal ist sozusagen die Zielsetzung und Fit for 5 ist ein Paket von ungefähr zehn ganz konkreten Rechtsakten, mit denen dann die Ziele erreicht werden sollen. Also zum Beispiel gehört dazu die Förderung der Energieeffizienz von Gebäuden, die wir schon kurz angeführt haben. Oder der CO2-Grenzausgleichsmechanismus, dass eben nicht aus Ländern, die mit viel CO2 produzieren, dann kostengünstig nach Europa exportiert werden kann. Oder eben überhaupt die Besteuerung von CO2. Bis jetzt ist ja hauptsächlich die Schwerindustrie dran mit Asbest, Zement und Stahl. Und das wollen wir auch auf den Flugverkehr, Schiffverkehr und Straßenverkehr ausweiten. Ganz einfach, um hier zu Verhaltenshänderungen zu führen. Und, und, und. Also das ist eine Reihe von Maßnahmen. Öffentliche Gebäude sollen saniert werden, dass sie wenig Energie ausstoßen. Und ganz generell Energieproduktionsformen, die eben CO2-neutral sind, werden gefördert. Ich habe ja auch den Landtagspräsidenten gefragt, wie er, nicht nur den Umweltlandesrat, sondern eben auch den Landtagspräsidenten, wie er denn den European Green Deal im Hinblick auf Vorarlberg einschätzt. Die wirken sich grundsätzlich sehr positiv aus. In Vorarlberg sind wir genau diesem Themenkomplex ja schon seit inzwischen über einem Jahrzehnt sehr aufgeschlossen unterwegs. Wir haben 2009 die Energieautonomie beschlossen, vor kurzem im vergangenen Jahr die Energieautonomie plus. Das sind Anstrengungen im Bundesland Vorarlberg, die sich mehr oder weniger zu einem, würde ich fast sagen, sehr großen Teil mit den Green Deal Bemühungen decken. Und damit können wir diese Förderprogramme wunderbar in unsere Bemühungen vor Ort, im Sinne der Nachhaltigkeit und im Sinne der Erreichung der Ziele der Energieautonomie umsetzen. Wenn Sie an die Vorarlberger Gemeinden denken, an die BürgermeisterInnen, an die BürgerInnen, welche Botschaft hinsichtlich Europa der Chancen und Perspektiven, die Europa bietet, hätten Sie für die BürgerInnen? Ich würde sagen, bitte engagiert euch, bringt euch ein, setzt euch mit den Programmen, die da sind, mit den Förderprogrammen auseinander. Macht Cluster, setzt euch auch regional zusammen und versucht gemeinsam diese Angebote, die Europa euch macht, bestmöglich für eure Gemeinde oder für eure Region in Umsetzung zu bringen. Da passiert einiges Positives im Vorarlberg. Wir haben hier solche regionale Gemeindezusammenschlüsse und die waren in der vergangenen Finanzierungsperiode schon sehr aktiv und fruchtbringend. Und ich denke, sie werden das auch in der kommenden Finanzierungsperiode sein. Man sagt, die Europapolitik wird oft meistens von der Bundesregierung gemacht. Wie ist es auf Landesebene? Ist der Vorarlberger Landtag mit europapolitischen Themen befasst? Entscheidet der Vorarlberger Landtag da prinzipiell mit, auch im Sinne der Subsidiaritätsprüfung zum Beispiel? Im Bereich der angesprochenen Subsidiaritätsprüfungen ist gerade der Vorarlberger Landtag seit vielen Jahren ein beispielgebender Landtag im Konzert der österreichischen Landtage. Wir sind hier in sehr gutem Kontakt mit dem Bundesrat, wo wir laufend und regelmäßig Stellungnahmen erarbeiten und auch abgeben. Und diese werden dann im Wege des Bundesrates in Richtung Brüssel transportiert. Also in diesem Bereich sind wir sehr aktiv. Wir sind natürlich auch im Rahmen des Landes und der Regierung aktiv, wenn es um die Frage des Ausschusses der Regionen und das Engagement der Vorarlberger Vertretung im Ausschuss der Regionen geht. Aber wie Sie auch wissen, die Bundesländer haben keine unmittelbare Entscheidungskompetenz. Die liegt auf der nationalen bzw. auf der europäischen Ebene. Und hier können wir uns in die Diskussion einbringen, da oder dort hoffentlich hörbar machen. Manches Mal machen wir es auch still auf dem diplomatischen Weg. Aber in Summe sehen wir uns trotz unserer Kleinheit im gesamteuropäischen Konzert durchaus gehört bzw. auch die Kleinen werden wahrgenommen, wenn sie Allianzen mit ihren Nachbarn schmieden. Und das tun wir durchaus mitunter auch über die nationale Grenze hinweg. Und Frau Schnetzer, wie ist es konkret in der Gemeinde? Das klingt ja alles, die Förderprogramme klingen gut, alles was hier auch in der Politik entschieden wird, was von Brüssel, wenn man so will, so sehen es oft die Bürgerinnen und Bürger, was da alles aus Brüssel kommt, wird ja oft doch nicht alles ganz positiv gesehen, wenn es die Bürgerinnen und Bürger vielleicht nicht alles verstehen. Gibt es bei Ihnen in der Gemeinde auch zurückhaltende Stimmen, wo die Bürgerinnen und Bürger vielleicht eher EU-skeptisch sind? Ja, es gibt schon EU-skeptische Bürger und Bürgerinnen und als EU-Gemeinderätin. Aber es ist eben meine Aufgabe, Ansprechpartnerin zu sein und für Sachen wie diese Auskunft zu geben, zu den Menschen zu erklären, was ein Green Deal bedeutet und auch zu erklären, was wir dafür schon gemacht haben und wohin das auch hinführen sollte und warum man das braucht. Das mache ich dann eben durch Projekte, wenn ich eins mache. Und darin ist eigentlich die Gemeinde auch gefordert, finde ich, diese großen Themen herunterzubrechen und mit den Menschen vor Ort in Verbindung zu bringen. Weil natürlich gibt es bei uns auch viele, die sagen, die EU geht mich nichts an oder Politik geht mich nichts an. Und da steige ich natürlich gerne in die Diskussion ein und versuche oder kann, glaube zu können, jedem zu beweisen, dass Politik hin sehr wohl was angeht und die EU sowieso. Ja, weil oft herrscht ja oft die Meinung, ich kann sowieso als Bürgerin oder Bürger eben gar nichts entscheiden. Und ich meine, da sieht man ja wirklich ganz konkret beim European Green Deal, den würde es wahrscheinlich ohne Fridays for Future nicht geben, wo einfach die jungen Menschen viel Dynamik gebracht haben und letztendlich auch dadurch EU-Politik in Gang gebracht haben. Ich habe bei meinem Besuch in Bregenz, haben wir versucht, mit den Menschen auf der Straße eben auch zu reden und sie zu fragen. Und da trifft man natürlich jetzt auch die EU-Skeptiker, beziehungsweise denen wirklich eine Frage auf der Seele brennt. Und beispielsweise der Herr Wolfgang, der hat uns folgende Frage gestellt. Meine Frage wäre, warum die EU sehr viele Gelder in dementsprechende Krisenregionen versendet, in dementsprechende Länder, die einfach wirtschaftlich immer abhängig werden von der EU, warum die ganzen Gelder hier überproportional verteilt werden. Und man denkt nicht an den einzelnen Bürger in der EU, dass er dazu beiträgt, dass dieser Wohlstand ja hier so gewachsen ist. Und man sollte diesen Wohlstand auch für den Bürger in der EU bewahren. Ja eben, wenn wir von Förderungen sprechen, der Herr Wolfgang versteht das irgendwie etwas anders. Können Sie für uns das einordnen, was er meint oder seine Frage auch beantworten, Herr Kiefer? Ja, das kann man sehr leicht beantworten. Also der jährliche Haushalt der Europäischen Union beträgt ungefähr 175 Milliarden Euro. Und davon sind ungefähr 16 Milliarden Euro, das entspricht 9 Prozent, für unsere Aktivitäten, Unterstützung in anderen Ländern vorgesehen. Das heißt, es ist einerseits Hilfe für die Länder der dritten und vierten Welt, um sie wirtschaftlich, sicherheitspolitisch, auch migrationsvermeidend zu unterstützen. Und andererseits sind diese Gelder auch für die unmittelbaren Nachbarstaaten, die wir, insbesondere Westbalkan, die wir uns heranführen wollen. Wie gesagt, 16 Milliarden Euro, dividieren wir das durch 450 Millionen Bürger. Das sind im Jahr 35 Euro pro Bürger. Das finde ich nicht so viel. Das Geld ist gut angelegt. Erstens einmal gehören wir zu den reichsten Weltgegenden und können uns durchaus eine großzügige Gäste leisten. Weiters helfen wir diesen Ländern wirklich. Und drittens gibt es wieder eine Rückführung, weil unsere Wirtschaft zum Teil auch davon profitiert. Also die Überlegung ist vordergründig korrekt, die der Herr Wolfgang anstellt. Aber letztendlich, das Ausmaß ist überschaubar und wir helfen uns damit selber. Und das wird ja oft, heißt es ja da, Ihnen ist das sicher auch schon begegnet, das Argument, wir sind ja Nettozahler. Und da kommt ja dann sofort eben auch der Zusatz, ja wir zahlen für die anderen. Könnte vielleicht der Herr Wolfgang so auch ein bisschen gemeint haben. Aber stimmt das eigentlich mit dieser leidigen Nettozahler-Debatte? Das erstens einmal, die Hand, die gibt, ist immer oben. Das heißt, man kann ja glücklich sein, dass man in der Situation ist, dass man anderen Staaten, Menschen, Regionen helfen kann. Und die Nettozahler-Debatte, wenn man so will, wäre ich einmal eine Frage für den Wirtschaftsnobelpreis. Weil, wenn man Geld hergibt und es dann wiederum in gemeinsame Projekte mit europäischem Mehrwert führt, kommt wieder einiges zurück. Manchmal weniger, als man gegeben hat, manchmal mehr. Aber in Summe rechnet sich das ganz sicher. Oft wird so argumentiert, ich habe es vorhin schon angedeutet, die EU entscheidet alles. Man könnte jetzt sagen, der Vorarlberger Landtag entscheidet ja eh nichts mehr. Auch die Bundesregierung entscheidet nichts mehr, weil alles aus Brüssel, aus dem Europäischen Parlament und so weiter kommt. Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen vielleicht auch gerade deswegen skeptisch sind in manchen Fällen, weil sie die legislativen Prozesse auf europäischer Ebene nicht verstehen? Da haben Sie recht, ja. Es ist auch schwer zu verstehen, wie das auf europäischer Ebene funktioniert. Und wir versuchen dann, also von Europe Direct in unseren Kontakten mit den Bürgern und Bürgern immer zu erklären, dass die Europäische Union eigentlich sich aus den 27 Mitgliedstaaten zusammensetzt. Und wer entscheidet, das sind die Vertreterinnen und Vertreter der Staaten einerseits und das Europäische Parlament andererseits, sowohl im Rat, wo die Mitgliedstaaten entscheiden, ist natürlich auch immer Österreich durch eine Vertreterin oder einen Vertreter anwesend. Auch im Europäischen Parlament sind natürlich österreichische Abgeordnete. Also die Europäische Union, das versuchen wir dann zu vermitteln, ist nicht etwas Abstraktes, das ohne Österreich existiert und über uns entscheidet, sondern wir entscheiden mit. Und das ist ja auch gerade das, was ich eben eingangs gesagt habe, was mich an der Europäischen Union fasziniert, dass es eben die Möglichkeit eines Austausches zwischen allen Mitgliedstaaten gibt. Was wahr ist, ist natürlich, dass sich nicht immer ausschließlich die Meinung Österreichs in einem bestimmten Prozess durchsetzt. Es ist, wie gesagt, eben, und das ist ja der Sinn und Zweck der Europäischen Union, ein Gremium, wo es Kompromisse zu finden gilt und insoweit ist eine Entscheidung dann auf dem Tisch am Schluss des Prozesses, die möglicherweise nicht das genau widerspiegelt, was eben von Österreich eingebracht wurde, aber auch Aspekte dessen, was Österreich wollte. Ein Kollege von mir hat einmal den Vergleich gewagt und hat gesagt, Europa, die Europäische Union funktioniert eigentlich so wie eine kleine Gemeinde. Also der Gemeinderat ist im Prinzip übertragen ja eigentlich nichts anderes. Es sind verschiedene Interessensgruppen und verschiedene Parteien und unterschiedliche Zugänge. Haben Sie diesen Eindruck auch manchmal? Ja, den Eindruck habe ich sehr oft. Es ist Demokratie, es ist immer dasselbe Prinzip. Und wenn man dann überstimmt wird, dann hat man es halt nicht gern und dann muss man manchmal reden und erklären, damit der Frieden bewahrt wird. Und das Demokratieverständnis wird in der Gemeinde geübt und kann geübt werden in der Gemeinde. Mittlerweile wird es auch oft an Schulen schon geübt, aber auch da erzählen die Pädagogen, dass dann Abstimmung verlieren ganz schwierig ist zu verstehen für die Kinder und so. Und für die Erwachsenen ist es natürlich genauso. Man sieht es ja jetzt auch mit der Impfpflicht. Es wird oft nicht verstanden, wieso das jetzt kommt, obwohl es so viele anscheinend nicht mögen. Nur das muss man halt dann ausrechnen und dann weiß man es. Und dass die Mehrheit halt dafür war, auch wenn es nicht passt. Und so ist es in der Gemeinde genau dasselbe. Man muss auch, wenn es große Sachen zu entscheiden gibt, sehr stark die Bürger einbinden und trotzdem der Gemeindevertretung ihre Bedeutung lassen, weil die Gemeindevertreter sind ja nichts anderes wie die Bürgervertreter. Und solche Sachverhalte gilt es immer wieder anzusprechen, zu diskutieren und klarzustellen. Ich habe den Landesrat Johannes Rauch gefragt, ob nicht gerade auch die Politik, auch die Landespolitik in der Verantwortung ist, Europa den Bürgerinnen und Bürgern, nämlich ihnen zu erklären. Ich glaube, dass man es vorleben muss, dass man selbst als politisch tätiger Mensch auch von der europäischen Idee reden muss, von ihr begeistert sich zeigen muss und die Wertigkeit und den Mehrwert und den Nutzen darstellen muss. Wir tun das sehr offensiv im Land, versuchen auch darzulegen, wie Vorarlberg als Standort davon profitiert und wie wir insgesamt als Region davon profitieren. Ich weiß, Europa oder die europäische Idee ist bei vielen in der Krise auch geschuldet der Pandemie, die insgesamt eine Politik und Verdrossenheit den Regierungen gegenüber mit sich gebracht hat. Aber daran zu arbeiten und deutlich zu machen, Leute, es wird nur gehen, indem wir Europa stärken. Ansonsten werden wir gegenüber den großen Playern in der Welt nur verlieren. Diese Botschaft zu vermitteln, die halte ich für ganz eminent wichtig und das ist tägliche Herausforderung. Aber wäre es nicht Aufgabe der Politik, den Bürgerinnen und Bürgern auch zu erklären, wo ist der Benefit, wo ist dein ganz persönlicher Gewinn und dein Mehrwert in der Europäischen Union? Ja, das glaube ich jeden Tag. Und wie gesagt, wir versuchen das zu tun, bestmöglich. Auch in Vorarlberg, es gibt hier, meine ich, schon noch Verbesserungsbedarf. Man kann das intensivieren, man kann das besser tun und vielleicht brauchen wir da auch eine neue Initiative, einen neuen Anlauf, gerade nach der Pandemie, diese europäische Idee wieder stärker in den Vordergrund zu rücken und einfach zu vermitteln, Leute, wir werden es nur auf diesem Weg schaffen. Und wenn die Nationalstaaten glauben, es alleine zu können oder Regionen oder Bundesländer glauben, das ist ein Irrweg. Und ich bin da, wenn Sie so wollen, einer der Wortführer und gerne mit dabei, das zu tun, weil ich einfach zutiefst überzeugt bin, diese Herausforderungen werden nur auf europäischer Ebene geschaffen werden, geschafft werden können. Aber das macht es eben doch in der Praxis ja tatsächlich schwierig. Also man, in Österreich kennen wir diese leidige Diskussion mit dem Subsidiaritätsprinzip. Also da hat man oft von der Bundesregierung zum Beispiel auch gehört, ja, also wir wollen eigentlich mehr Kompetenz zurück. Auf der anderen Seite hören wir natürlich dann im globalen Zusammenhang, ja, die großen Fragen muss man auch wirklich auf höherer Ebene, also europäisch entscheiden. Wie sehen Sie die Diskrepanz da? Also auch, dass der Bürger und die Bürgerin versteht, was dieser europäische Mehrwert auch im Gemeinsamen sein kann? Na, ich sehe da eigentlich keine Diskrepanz und ich finde, das ist eine legitime Diskussion. Es braucht die Europäische Union und es sind viele Fragen, wir haben vorher den Klimawandel zum Beispiel angesprochen, nur auf dieser Ebene zu regeln. Aber natürlich kann man dann auch darüber diskutieren, ob es in anderen Bereichen noch Handlungsmöglichkeiten, Kompetenzen für die Mitgliedstaatliche oder für die regionale Ebene gibt. Und das ist jetzt eben das Ausleben sozusagen des Subsidiaritätsprinzips, dass überall dort, wo die europäische Ebene keine sogenannten ausschließlichen, also exklusiven Kompetenzen, das hat es ja nicht so in vielen Bereichen hat, dass dort dann auch im Einzelfall eben geprüft wird, bedarf es einer europäischen Regelung oder genügt es eben auf mitgliedstaatlicher oder regionaler Ebene tätig zu werden. Das passiert bei uns in Vorarlberg, wie der Landtagspräsident auch gesagt hat, sehr intensiv und das finde ich auch ist sehr befruchtend. Dadurch wird ein Beitrag geleistet, wenn auch einmal ein Regelungsvorschlag oder ein Teil eines Vorschlages der Europäischen Kommission beispielsweise diskutiert und infrage gestellt wird, heißt das ja nicht, dass man das europäische Projekt schlechthin infrage stellt, sondern das heißt einfach, wir setzen uns intensiv damit auseinander und manchmal sagen wir, okay, das würden wir jetzt aber doch besser bei uns regeln wollen oder finden wir, sind wir auf der Ebene Vorarlbergs in der Lage, das zu regeln, das heißt aber auch, dass wir in vielen anderen Fällen dann sehr wohl die europäische Ebene als die zuständige Ebene ansehen. Ja und wir merken es ja auch auf nationaler Ebene, nicht? Also der Föderalismus ist ja manchmal auch etwas in der Krise, wenn man dann merkt, das Gerangel zwischen den Landesregierungen und der Bundesregierung, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber da gibt es viele Parallelen. Klar, das ist im Grunde dieselbe Diskussion und auch dort sind natürlich eben die Kompetenzfragen immer zu klären, denn dort ist es vielleicht durch die Verfassung, also durch die österreichische Bundesverfassung in Teilen natürlich anders oder konkreter vorgegeben, aber wie Sie sagen, führt das dort genauso zu Diskussionen und ist das eben Teil eben auch der Demokratie, dass man auch diese Fragen diskutiert. Ja, im Hinblick auf die Regionen hat uns in Bregenz eben Frau Margarete folgende Frage gestellt. Meine Empfindung ist für die Europäische Union so, manche Sachen sind sehr gut, weil es im Großen gemacht wird, aber speziell für die kleinen Regionen, für die kleinen Landwirte, für die kleinen Handeltreibenden ist es zu überdimensioniert. Es geht zu wenig auf die speziellen Wünsche der Landeskultur und Landessite. Da wird einfach viel zu viel über das Große drüber gefahren und das finde ich einfach schade, da geht so viel Kultur kaputt. Das ist mein großes Empfinden und ich finde auch die Sorge, dass da mit dem Land oft sehr viel Schindluder getrieben wird. Das ist das Gefühl, das mir die EU gibt. Und ja, viel Gutes gibt es sicher auch, nur betrifft es mich als kleinen Bürger nicht so sehr. Ja, Frau Schnetzer, hören Sie solche Meinungen nicht auch öfter? Ja, das höre ich öfters. Ja, also ich kann Margarete nicht recht geben. Also ich finde nicht, dass durch die Europäische Union die Kultur nicht gefördert wird lokal. Im Gegenteil, ich finde lokale Kulturinitiativen haben sehr viel Aufwind bekommen durch die EU und viele Handlungsspielräume, dass Sprachen allgemein verschwinden. Dafür kann ja dann die Europäische Union nichts. Das ist ja ein weltweites Phänomen, also speziell im Umgang mit Dialekten. Und dass es Sie, die Europäische Union, nicht betrifft, also das gibt es gar nicht. Was wird der Herr Käfer von der Kommission der Frau Margarete antworten? Also ganz grundsätzlich einmal Skepsis und Kritik ist wichtig. Soll ich mich auch ernst nehmen, nicht? Weil die Europäische Union erfreut sich ja nicht des Dogmas der Unfehlbarkeit. Und wir können nur daran lernen und wachsen. Jetzt im konkreten Fall, was Frau Margarete gesagt hat, muss ich hier heftigst widersprechen. Und zwar, es gibt gewisse Bereiche, die muss man tatsächlich einheitlich regeln. Europaweit, das sind technische Fragen wie zum Beispiel Normen oder die Chemikalienverordnung und das Wettbewerbsrecht. Wenn es aber darum geht, gemeinsame Ziele zu erreichen, die die Vielfalt Europas berücksichtigen, dann lassen wir sehr wohl genügend Spielraum für die nationalen Besonderheiten. Das beste Beispiel ist die Agrarpolitik, die ja auch kurz angesprochen wurde. Hier haben wir jetzt zum Beispiel für den Zeitraum 21 bis 27 die Ziele vorgegeben. Und jeder Mitgliedstaat kann für sich selbst die Agrarpolitik entwickeln, wie er eben glaubt, dass am besten diese europaweiten Ziele, also Klimaschutz, Biodiversität und so weiter, erreicht werden. Und das hat auch Österreich ganz großartig gemacht. Die haben in einem langen Dialog, fast über das ganze Jahr 2021 gegangen, einen Strategieplan entwickelt, den sie jetzt eingereicht haben. Und der jetzt von uns bewertet wird und dann dementsprechend halt die nächsten Jahre umgesetzt. Also da wird sehr wohl Rücksicht genommen. Und das Zweite noch ganz kurz. Jeder Bürger, also auch Frau Margarete hat eben den direkten Nutzen, dass er eben gut reisen kann, etc. Euro, geringe Zahlungskosten und so weiter. Aber ich möchte auch den indirekten Nutzen, weil die Wirtschaft floriert ja nachweislich durch die Europäische Union, hat eine höhere Steuerleistung dadurch und wodurch der Einzelbürger wiederum profitiert. Aber gerne mache ich eine Dienstreise nach Bregenz und setze mich da zusammen und auseinander. Frau Schnetzer, würden Sie ihn einladen? Ja, bitte. Kommen Sie nach Vorarlberg. Nein, aber Frau Schnetzer, ich wollte Sie fragen, Sie machen ja viele Projekte eben als Europagemeinderätin. Wie versuchen Sie da Europa den Bürgerinnen näher zu bringen und eben so Mitbürgerinnen wie Frau Margarete auch aufzuzeigen, wo sie tatsächlich ein Teil von Europa ist, beziehungsweise Europa unmittelbar eine Wirkung für sie hat. Es ist ja oft vielleicht einfach alles viel zu selbstverständlich. Ja, bei meinen Projekten gehe ich es grundsätzlich so an, dass ich zuerst einmal überlege, was ich überhaupt vermitteln möchte, was ich dem Bürger näher bringen möchte und generiere Ideen. Und im zweiten Schritt versuche ich zu hinterfragen, wie viele Menschen denn davon was haben von diesem speziellen Projekt und was die Menschen dann persönlich auch für einen Mehrwert davon haben. Und im dritten Schritt geht es darum natürlich, was der Standort oder, das ist jetzt bei anderen Projekten, aber hier, was die Europäische Union, was Europa davon hat oder die Politik insgesamt. Und wenn das Projekt für dieses Ansinnen der EU auch förderlich ist und imagebildend passt, dann mache ich das dann. Und das eine war ein Buch, das ich gemacht habe. Und dort ging es mir darum, dass Menschen, während sie was tun, dass sie gern tun, nämlich Briefe schreiben, über sich berichten, über ihren Alltag und über Europa im Jetzt, dass sie dann dadurch, ich habe dann diese Briefe vielleicht noch ein bisschen erklärend, ich habe da aufgerufen, Briefe zu schreiben an die Frau Angelika Kaufmann, die ist vor 250 Jahren schon verstorben, war Künstlerin, da hängen ein paar Bilder vor ihr. Und ich habe sie gebeten, Briefe eben an Angelika zu schreiben. Indem die Menschen die Briefe geschrieben haben, haben sie sich mit Europa von früher und im Jetzt auseinandergesetzt. Sie haben Vergleiche gemacht. Und ich habe dann die Briefe mit Kommentaren und Anmerkungen versehen und habe versucht, den Bezug zur Europäischen Union jeweils herzustellen, über die Agenturen, über die Institution an sich, über die Förderprogramme und über ganz konkrete Beispiele, die bekannt sind. Ja, und manche haben, also ich habe sehr positive Rückmeldungen gekriegt von Menschen, die gesagt haben, ja, ich habe mich vorher überhaupt nicht ausgekannt und ich bin jetzt froh, dass ich das weiß über die EU und ich habe immer gedacht, mich betrifft das nicht. Aber durch das Schreiben und die Leser dann durch das Lesen und die Kommentare wird der direkte Bezug zur persönlichen Biografie hergestellt. Und das war mein Ansinnen und das ist in dem Buch. Ja, die Anregung, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir waren eben, wie wir in Bregenz waren, eben in der Fußgängerzone und haben genau dazu auch eingeladen, sich bewusst zu machen, was ist für Sie persönlich die Europäische Union. Und dazu haben uns auch einige Bürgerinnen eben auch eine Antwort gegeben. Ich finde die Europäische Union eine fantastische Einrichtung. Ich komme aus England, bin sehr, sehr traurig, dass die Engländer gegen die EU gewählt haben und dass man das durchgezogen hat. Ich wohne schon lange in Österreich. Ich finde diese Zusammenkunft von den ganzen europäischen Ländern so ein Gewinn. Wir können über die Grenzen fahren, wir können über die Grenzen verhandeln, wir können ökonomisch mit den verschiedenen Ländern verbunden sein, ohne Schwierigkeiten. Ich verstehe nicht, dass England das alles einfach weggeworfen hat. Ich bin ganz traurig darüber. Die Europäische Union ist für mich Europa. Und die Erwartung, die ich habe oder beziehungsweise den Anspruch, den ich habe als Bürgerin, ist, dass Europa ein starkes Gegengewicht gegen autoritäre Kräfte, gegen Unterlaufen von Rechten von Bürgerinnen und so weiter bildet und dass Europa ein Selbstbewusstsein hat, dass es gegenüber dem Rest der Welt auch artikuliert, was Technikentwicklung betrifft, was Bürgerinnenrechte, was Governance, also Steuerung betrifft, auf allen Ebenen, dass Bürgerinnen beteiligt werden und Bürgerinnen integriert werden. Also die Europäische Union ist für mich ein tolles Projekt, das leider Gottes noch nicht so weit ist, wie ich es mir wünsche. Es gibt noch vieles zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg und es braucht halt noch mehr Zusammenhalt. Vor allem auch in einfachen Dingen, wie es sich jetzt zeigt in der Pandemie. Da müsste eigentlich mehr Gleichklang herrschen. Ja, die Frau Ulrike hat es ja angesprochen, es braucht mehr Bürgerbeteiligung. Dazu gibt es ja jetzt die Konferenz zur Zukunft Europas, also die Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger, sich zu beteiligen und auch zu artikulieren, zu diskutieren, welches Europa sie in Zukunft haben wollen. Also wo auch da die Erwartungen sind. Wir stellen immer wieder diese Fragen. Ich frage Sie mal, wie sind denn Ihre Erwartungen für die Zukunft Europas? Ja, meine Erwartungen sind, dass eben gerade zum Beispiel dieses Thema der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung eines wird, das stärker verankert wird in der Europäischen Union. Diese Zukunftskonferenz läuft jetzt ja, die gibt den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Es werden auch sehr viele Ideen eingebracht. Ich erwarte mir nicht, dass es jetzt hier in diesem Zusammenhang wirklich, sage ich mal, radikale Veränderungen auch, die die Verträge an sich betreffen, geben wird. Ich denke, das ist wahrscheinlich jetzt zu schwierig, vor dem Hintergrund der jetzigen Ausgangsbedingungen wirklich an solche Diskussionen zu gehen. Aber ich denke, dass viele Ideen der Bürgerinnen und Bürger aufgegriffen werden können, die schon jetzt im Rahmen der bestehenden Verträge umgesetzt werden können. Und eben ein sehr wichtiges Thema, finde ich, weil eben gerade, das erleben wir auch bei Europe Direct, diese Bürgerinnen- und Bürgerferne doch stark moniert wird. Immer eben, die Europäische Union ist etwas, was sehr weit weg empfunden wird, dass es eben hier stärker daran gearbeitet wird, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Und ich denke, was auch notwendig ist, und das würde ich mir persönlich auch wünschen, ist, dass auf allen Ebenen, wie sehr die europäische Ebene das kann, bis zum gewissen Grad schon, aber es ist auch eine Frage der Kompetenzen, daran gearbeitet wird, dass das soziale Auseinandertriften in der Gesellschaft nicht so weit geht, dass also ihre soziale Rolle auch entsprechend wahrnimmt. Weil ich denke, das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, damit auch Bürgerinnen und Bürger auch ihre demokratischen Rechte wahrnehmen können. Also sich auch dann in solchen Bürgerbeteiligungen zum Beispiel wieder einbringen können, dass eben auch eine entsprechende sozusagen Befähigung der Bürgerinnen und Bürger vorhanden ist. Also ich denke, das wären jetzt für mich wichtige Schritte, die auch von europäischer Ebene unterstützt werden sollten. Wenngleich, ich denke, dass das schon große Herausforderungen sein werden. Bevor ich die Frau Schnetzer frage nach Ihren Erwartungen. Wir haben auch Johannes Rauch, den Landesrat, gefragt. Und ja, ich glaube, er hat im Hinblick auf die Verträge eine etwas andere Meinung. Also wenn Sie mich so fragen, dann würde ich sagen, man muss versuchen zu stoppen, den inneren Erosionsprozess der Europäischen Union. Es macht mir schon Sorge, wenn ich Entwicklungen beobachte, wie in Polen oder in Ungarn, wo eine Absetzbewegung im Gange ist und eine sehr, sehr distanzierte Haltung Platz greift. Das kann nicht lange gut gehen und wir brauchen nicht einen zweiten Brexit unter Anführungszeichen mit anderen Ländern. Ich würde versuchen, aber ich weiß, das ist ein Wunschdenken, den europäischen Verfassungsprozess wieder aufzunehmen. Ich halte die damals gescheiterte, knapp gescheiterte, in meinen Augen, Initiative für fatal. Wäre es damals gelungen, diesen Prozess in trockene Türen zu bringen, ich glaube, Europa würde heute anders dastehen. Und da einen neuen Anlauf zu versuchen, wie gestalten wir uns als Gemeinwesen, wie organisieren wir uns, wie halten wir es mit dem Einstimmigkeitsprinzip, wie sind die Entscheidungsfindungsprozesse auf der europäischen Ebene angesiedelt, dass sie rascher von Staaten gehen und auch entscheiden, weil Mehrheitsentscheidungen möglich sind. Das halte ich für dringend notwendig. Aber diesen Prozess, glaube ich, müssten wir auch in Österreich machen, Stichwort Bundesstaatsreform. Sonst ist es ein bisschen schwierig, den Finger auf die Uhr zu zeigen. Ja, Frau Schnetzer, was sind Ihre Erwartungen an die Zukunft Europas? Meine Erwartungen an die Zukunft Europas sind, dass sie sich weiterentwickelt. Und ich sehe das auch gar nicht wie Herr Landesrat Rauch. Natürlich möchte ich keinen weiteren Brexit oder ein weiteres Land, das austritt. Aber ich finde, wir sollten uns nicht so sehr an den Status Quo gewöhnen. Es soll eine Bewegung möglich sein. Und wenn es für ein Land gar nicht mehr passt, dann soll das so sein dürfen. Oder wenn Staatsreformen oder abstimmungsmäßig Neuerungen notwendig sind, dann sind die notwendig und dann sind die zu machen. Stabilität in der Form, wie es in der Gemeinde gibt, das soll es in Europa aus meiner Sicht nicht geben. Es soll Dynamik dahinter bleiben. Die Welt ändert sich so schnell. Und warum soll sich eine dermaßen große Institution nicht ändern von Zeit zu Zeit? Herr Käfer, wie sind Ihre Erwartungen? Also so ganz persönlich auch. Ganz persönlich. Jetzt könnte ich natürlich das Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre zitieren. Das haben Sie nicht persönlich beschrieben. Also insofern gilt es nicht. Ich habe auf den Punkt gebracht, wir wissen alle, dass weltpolitisch ein rauer Wind weht von allen Kontinenten Richtung Europa. Und wir müssen uns da proaktiv aufstellen. Wir haben die Instrumente. Wir haben die Institutionen, das gut zu machen. Was ich mir wünschen würde, wäre ein stärkerer, großzügiger europäischer Geist. Also Menschen wie der deutsche Bundeskanzler Kohl oder der französische Präsident Mitterrand, die nicht immer nur gefragt haben, was kann ich aus Europa herausholen, sondern auch, was kann ich in Europa einbringen, damit das Ganze besser läuft. Also da würde man stärker ein Mindset in diese Richtung wünschen. Ja, ich danke Ihnen sehr für den Dialog, für die Auseinandersetzung. Und das zeigt uns ja, jeder hat einen unterschiedlichen Zugang. Die Vermittlung ist auch eine andere Frage. Aber es gilt immer, sich den Dialog zu stellen und eben auch mehr zu erfahren. Und genau diesen Wunsch gebe ich auch an Sie weiter. Ich frage Sie, was bringt Ihnen die EU? Und setzen Sie sich damit auseinander, um Antworten zu finden, wo Europa ganz konkret in Ihrem Leben spürbar wird. Ja, ich frage Sie das. Untertitelung des ZDF, 2020